Ok, hier sind wir wieder. Ich habe noch kurz geguckt. Also so allzu viel Speicher hat das Video jetzt gar nicht verbraucht. Und ja, also ich habe noch genug Speicherplatz, also ich kann noch einen zweiten Teil jetzt hochladen. Aber ich hätte es vielleicht an einem Stück machen können, aber ich wollte lieber sicher gehen. Von daher seid mir nicht böse, es gibt halt zwei Teile davon. So, Gruppe D hatten wir jetzt auch erledigt. Dann kommen wir jetzt zur Deutschlandgruppe, Gruppe E. Deutschland, Japan, Costa Rica und Spanien sind da in der Gruppe vertreten. Allerdings, also in meinen Augen eigentlich eine leichte Gruppe, bis auf Spanien, wenn man sich 2020 erinnern kann. 6 zu 0 bzw. 0 zu 6 2020. Letztes Jahr bei der WM im Achtelfinale. Also Deutschland hatte nicht so einen Erfolgsjahr 2021 bei Jogi Löw, bis Hansi Flick kam. Und dann die ersten Spiele ohne Niederlage, ohne Verlust immer gewann. Unter anderem 9 zu 0 gegen Lichtenstein, 6 zu 0 gegen Armenien mit Top-Leistungen. Also Deutschland beteiligt bei diesen Partien zum Teil mit richtig vielen Top-Leistungen. Aber in letzter Zeit, also in diesem Jahr, schwanken sie ein bisschen. Also wenn man bei Deutschland auf dieses Jahr zurückblickt, es geht ja Richtung Jahresende. Es gab einen 2 zu 0 Testspiel-Sieg gegen Israel. Dann 1 zu 1 gegen Niederlande. Dann in der Nations League drei Spiele ohne Sieg. Nur mit unentschieden 1 zu 1 gegen Italien, 1 zu 1 England. Aber da war die Leistung wenigstens top. Und 1 zu 1 gegen Ungarn. Und dann in der Nations League Rückrunde. Beziehungsweise es gab ja noch ein Spiel gegen Italien zu Hause. Das war die beste Leistung. Also das war das beste Spiel in diesem Jahr. 5 zu 2 gegen Italien. Gegen den Europameister. Die hier auch nicht vertreten sind. Das ist Wahnsinn. Und dann gab es 0 zu 1 gegen Ungarn nochmal in der Nations League. Und dann wieder in der Nations League. 3 zu 3 gegen England. Und das war echt ein verrücktes Spiel. Also es gab nur zwei Siege. Und unter anderem nur ein Pflichtspiel-Sieg. Es gab sogar jetzt, weil es ja noch letzten Mittwoch einen Testspiel gegen den Oman gab. 1 zu 0. Schwache Leistung eher. Phil Kruk hat getroffen. Darüber habe ich jetzt halt nicht berichtet. Ich habe mir das Spiel auch jetzt nicht wirklich angeguckt. Hatte zu viel zu tun. Und ja, also es gab nur drei Siege in diesem Jahr. Und unter anderem nur ein Pflichtspiel-Sieg. Das muss bei der WM auf jeden Fall anders laufen. Und man will die Schmach von der WM in Russland vor vier Jahren gut machen. Von daher werden sie alles geben, um sich in dieser Gruppenphase durchzutanken. Die EM-Gruppenphase hatten sie auch mit Mühe und gerade so Glück überstanden. 2 zu 2 gegen Ungarn, 4 zu 2 gegen Portugal und 0 zu 1 gegen Frankreich. Also das war schon eine Hammergruppe letztes Jahr bei der EM. Und ja, das wird auf jeden Fall krass. Ich bin gespannt, wie sich Deutschland in dieser Gruppe durchsetzen wird. Auf jeden Fall. Das erste Spiel ist zu einer blöden Uhrzeit gewählt worden. 14 Uhr. Ich habe dann nachmittags noch Unterricht. Und von daher, vielleicht, wenn der Lehrer eine Ausnahme macht, kann man Fußball gucken. Aber ich glaube, das wird sie nicht tun, weil ich bin in einem wichtigen Abschlussjahr, wo es auch Prüfungen gibt. Und von daher, wäre schon gewinnig, dass das Jahr gut überstanden würde. Auf jeden Fall. Deutschland wird das erste Spiel in meinen Augen 3 zu 1 gewinnen. Dann haben wir noch Spanien, Costa Rica. Deutschland und Costa Rica würden sich dann erst zum zweiten Mal begegnen. Überhaupt. Es gab ja schon eine Begegnung bei der WM 2006. Da sahen wir auch in der Gruppenphase. Und da gab es ein 4 zu 2 im Eröffnungsspiel, weil die WM in Deutschland stattfand, gegen Costa Rica. Schirsch wird die Spanien gegen Costa Rica auf 4 zu 0 durchsetzen. Dann Japan gegen Costa Rica. Wird für mich Japan diese Partie gewinnen. 2 zu 0. Dann die Top-Partie. Nächsten Sonntag, 1. Advent, 20 Uhr. Darf man nicht verpassen. Top-Partie. Da wird Deutschland sich für die 0 zu 6 Klatsche rächen wollen. Und wird diese Partie knapp mit 3 zu 2 gewinnen. Das sehe ich in meinen Augen. Und mal gucken, ob das gut geht. Also von der Partie habe ich schon ein bisschen Schiss. Dann haben wir noch zum Schluss Japan, Spanien. Klares Ding. 3 zu 1 für Spanien. Und Costa Rica, Deutschland. Das muss Deutschland ziemlich deutlich gewinnen. Von daher 5 zu 0 aus meiner Sicht. Also Deutschland, ich zähle auf euch. Ich werde mir das angucken. Und ja. Dann haben wir die Gruppe. Hier habe ich jetzt ein bisschen eine bessere Übersicht. Jetzt anstatt hier rüber zu schwenken. Die Maus bewegt sich aber nicht. Also Deutschland wird hoffentlich in meinen Augen die Gruppe gewinnen. Dann als Zweiter wird sich Spanien durchsetzen. Es kann auch meinetwegen anders laufen. Hauptsache Deutschland kommt weiter. Dann haben wir Japan. Und dann haben wir Costa Rica. Also hier kann man es irgendwie so einsehen. Aber hier bin ich ein bisschen riesig gegangen. Hier Mexiko wäre für mich eher der Favorit als Polen. Ich habe mich jetzt einfach mal so entschieden. Dann haben wir nach E kommt F Gruppe F mit Belgien, mit Marokko, mit Kroatien, mit Kanada. Kanada und Wales jeweils eine Nation, die sich nach etlichen Jahren wieder für eine WM qualifizieren. Also Kanada habe ich gelesen, zuletzt bei der WM dabei gewesen, seit 1986 und Wales zuletzt vor 64 Jahren bei der WM dabei gewesen. Also die beiden sind die Rückkehrer bei WM Turnieren. Und hier haben wir Marokko, die ja schon letztes Jahr, äh letztes Jahr, letztes Mal vor vier Jahren so vertreten waren. Damals in der Gruppe mit Portugal und Spanien. Und hier gegen Kroatien wird es direkt schon mal eine Klatsche geben. 0 zu 4 mein Tipp für die Kroaten. Und dann Belgien, Kanada. Kanada weiß ich nicht, ob Alphonso Davies dabei ist. Ich denke schon. Ich hoffe es. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. So wichtiger Mann für die Bayern. Aber gegen Belgien werden sie wohl keine Chance haben. Aber ein Tor werden sie schießen. Aber vier Gegentore bekommen. Dann haben wir Belgien, Marokko. Belgien, klar. Top-Favorit in dieser Gruppe. Müssen wir nicht drüber reden. 4 zu 0 wird es in meinen Augen. Dann Kroatien, Kanada. Könnte ich mir eventuell vorstellen, dass es ein knappes Ergebnis wird. Allerdings halt für die Kroaten. Von daher würde ich mal da 3 zu 2. 2 einem 3 zu 2 Sieg für die Kroaten tippen. Dann 1.12. Erster WM spielen. Und quasi im Monat Dezember. Kroatien gegen Belgien. Quasi die Partie der Top-Nationen. Aber da wird sich Belgien auch mit vier Toren durchsetzen. 4 zu 1 ist da mein Tipp. Und dann haben wir noch Kanada, Marokko. Muss ich die Kanadier einen Sieg abholen werden. 3 zu 1 ist da mein Tipp. Also hier wird Marokko ein Tor schießen können. Kanada wird aber drei machen. Vielleicht sogar mit Davis. Wer weiß. Dann Gruppe F. Tue ich auch nochmal bestimmen. Wie gesagt, ich werde noch zum Schluss des Videos nochmal sagen, wie es hier mit den Spielen, wie es hier mit den Videos laufen wird. Werde ich später erklären. Ich kann auf jeden Fall sagen, also ich werde auf jeden Fall, ihr seht es ja, die gesamte Gruppenphase prognostizieren, wie es bei der K.O.-Phase sieht. Weiß ich nicht. Ob ich dann die ganze Gruppenphase ob ich dann die ganze Gruppenphase mache. Also die ganze K.O.-Phase, Entschuldigung. Weil viele machen es ja, die machen ja die WM an einem Stück. Die prognostizieren die WM-Spieler an einem Stück. Das ganze Turnier an einem Stück. Und werden da auch meistens die schon bestimmen, wer halt Weltmeister wird. Und das finde ich echt ein bisschen risiko-eis. Weil dann könnte es auf jeden Fall ein jemand anderes sein, als dass man für denjenigen getippt hat, wenn er früh rausgeht. Von daher weiß ich es nicht, ob ich die gesamte K.O.-Phase prognostizieren will, oder ob ich die einzelnen mache. Auf jeden Fall Gruppenphase mache ich komplett, aus dem Grund, da auch viele Spiele, also da der zweite Spieltag unter der Woche starten wird. Und deswegen kann ich nicht hier nach Hause rennen und ein weiteres Video zu einer Gruppenphase machen. Das geht nicht. Deswegen die gesamte Gruppenphase. Und ja, Gruppe F. Belgien, Kroatien kommt weiter. Kanada auf Platz 3. Und Marokko auf der 4. So, vorletzte Gruppe. So, ja, muss ich auch sagen, auch fast die gleiche identische Gruppe wie bei der WM 2018. Entschuldigung, ich habe es ein bisschen mit der Stimme. Es ist auch richtig saukalt hier im Zimmer gerade. Schweiz, Brasilien und Serbien hatten wir letztes Mal schon gehabt in der Gruppe. Da war allerdings Costa Rica noch drin. Diesmal ist es Kamerun, auch nach 2014. Wieder mit am Start. Damals in der Gruppe mit Brasilien sogar gewesen. Und da sieht man, da sind sie sich wieder. Da war allerdings noch Kroatien dabei. Und da war noch jemand in der Gruppe letzten 2. 2014 WM. Da war Brasilien, Kroatien, Kamerun. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe die WM 2014, jetzt sind die Gruppen nicht mehr in den Kopf. Kannst mir gerne nochmal, wenn ihr es wisst, in die Kommentare schreiben. Aber das ist Vergangenheit. Und WM 2014, da wollte ich ja überhaupt noch zu Deutschland sagen, Götze, der Rückkehrer. Nach 2017 zum ersten Mal wieder für die Nationalmannschaft dabei. Götze war damals 2014 gegen Argentinien der WM-Held. Ihr erinnert euch. Und ich habe noch jedes Spiel von der WM 2014 auf dem Computer. Ich kann es mir jederzeit wieder angucken und auf die Vergangenheit zurückblicken. So, jetzt mal Gruppe C. 24.11. Da habe ich allerdings frei. Also da könnte ich mir die Spiele angucken. Allerdings habe ich da nachmittags ein langes Trainingsding geplant. Schweiz, Kroatien. Ich labere wieder zu viel. Äh, Schweiz. Nicht Schweiz, nicht Kroatien. Kamerun. Schweiz, Kamerun. So. Schweiz, der Favorit in diesem Spiel. 3 zu 1. Dann haben wir Brasilien, der fünffache Weltmeister. Letztes Mal im Viertelfinale bei der WM gestoppt. Dann gegen Belgien verloren. Überraschend. Hier gegen Serbien wird es ziemlich klar. Wie gesagt, Serbien und Brasilien standen sich ja schon bei 2018 gegenüber. Dann Kamerun, Serbien. Für mich echt auch so eine Partie, wo ich nicht weiß, wer ist da eher Favorit. Da würde ich dann allerdings auf die Serbier tippen, auf Serbien. Schnell tippen, aber da wird es knapp bis 2 zu 1 für mich, weil solche Spiele kann ich nicht richtig tippen, wo ich nicht weiß, wer da der Favorit ist. Dann Brasilien, Schweiz. Top-Partie. Da gab es bei der WM 2018 ein 1 zu 1. In diesen Augen wird es ein 3 zu 1. Kamerun, Brasilien. Warum nicht über zu reden? Brasilien, klar. Überlegen wird 5 Tore in diesem Spiel schießen. Und dann haben wir noch Serbien, Schweiz. Sie sind hier auch begegnen. Also Serbien, Schweiz, Brasilien habt ihr schon bei der WM 2018 in der Gruppe gehabt. und Schweiz wird sich durchsetzen. 3 zu 1. So, wir sind gleich am Ende. Aber wie gesagt, ich werde noch gleich noch ein paar Worte sagen, wie es jetzt ablaufen wird. Und daher muss ich mich beeilen. Schriftart, Schriftgröße, so. Da haben wir Brasilien. Aber wie gesagt, sowas habe ich echt noch nicht gemacht. Schweiz. Ähm, dann Serbien. Upsala, Entschuldigung. Und Kamerun als Gruppenletzter. Ich hoffe, ich habe alles richtig. Müsste aber. So, und dann kommen wir jetzt endlich zur letzten Gruppe. Ich sitze schon hier seit 40 Minuten fast und mache hier das Video. Wie gesagt, es wird in zwei Teilen hochgeladen. Von allem jetzt interessant. Uruguay, Südkorea, Portugal und für damals Deutschland Gegner Ghana von der BM 2014 auch dabei. Portugal hatten wir auch gehabt bei der EM und bei der BM. So, Uruguay gegen Südkorea. Wir haben die erste Begegnung. Südkorea, ihr könnt euch noch bei der WM erinnern, hat uns aus dem Turnier geschmissen. Aber erst kurz vor Schluss. Wahnsinn. Allerdings hatte der vorgesorgt halt, im Parallelspiel Mexiko-Schweden, dass Schweden uns derzeit auf Platz 3 auf Platz 3 gekegelt hat. Südkorea hat uns sogar auf Platz 4 gegeben. Wir sind bei der WM 2018 als Gruppenletzter ausgeschieden. Das war wahrne. Uruguay gegen Südkorea wird für mich eine knappe Partie. Aber da wird sich Uruguay durchsetzen mit 3 zu 2. Portugal-Ghana hatten wir auch bei der WM 2014. Da hat sich Portugal durchgesetzt und das werden sie auch in meinen Einungen mit deutlich besseren Leistung tun. 4 zu 0 mein Tipp. So, jetzt könnt ihr es sehen. Südkorea-Ghana. Da würde ich auf Ghana tippen, hat er nicht gesagt. Für mich ist Ghana der leichte Favorit, obwohl man die Südkoreaner natürlich jetzt nicht mehr unterschätzen darf. Aber da wird sich Ghana durchsetzen mit 3 zu 1. Dann Portugal-Uruwe. Wird nicht deutlich. Wird er knapp. 3 zu 2 mein Tipp. Also jetzt haben wir mal eine Gruppe mit knappen Ergebnissen. Und dann Südkorea-Portugal wird in meinen Augen deutlich. Also Ronaldo. Letzte WM für ihn mit Sicherheit. Gilt auch für Manuel Neuer. Und auch für, was weiß ich, einige Stars, die schon mindestens 5.35 sind und trotzdem noch spielen. Portugal wird sich mit Südkorea 4-1 durchsetzen und oh wei. Wird sich knapp gegen Ghana nochmal mit 3 zu 2 durchsetzen. Also ziemlich knappe Ergebnisse. Mal gucken, ob das so in den Augen stimmt. Und auch auf jeden Fall Gruppe. Ups. Oh, das war jetzt, das war doof gewählt. Sorry. Ich hoffe, ihr habt keinen Schreck gekriegt. Gruppe A. Ne, Gruppe A. Portugal. Portugal. Drei Siege. Neun Punkte. Gruppen Erster. Gruppe A. Zweiter wird Uruguay. Dann. Hoppala. Ich muss kurz. So. Dritter wird Garnier. Und Vierter wird Südkorea. So. Das ist mein, meine Prognosen, meine Prognose für die Gruppenphase. So. Ich muss es nochmal kurz speichern und jetzt hier nochmal zeigen. Ihr seht es jetzt, was für ein Meisterwerk jetzt hier aufkommen wird. Das kann auch ein bisschen dauern. Ah, da ist es. So. Gehen wir jetzt mal ein bisschen mittig. Und ihr seht, das ist der Spielplan. Das ist meine Prognose für die Gruppenphase. Ich hoffe, ihr könnt alles lesen. Aber ihr hattet es ja vorhin alles lesen können. Jetzt müssen wir es besser erkennen. Ja. Ich bin gespannt, wie die WM verlaufen wird. Ich bin gespannt, welches Spiel ich verfolgen kann. Klar, alle werde ich nicht verfolgen, weil ich ja vormittags noch Schule habe und auch nachmittags zum Teil. Und da geht es halt nicht. Und ja, ich bin gespannt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr von der WM haltet und was ihr von meiner Prognose haltet, wer die jeweilige Gruppe gewinnen wird. Es gibt nur dieses, beziehungsweise diese zwei Gruppenphasen-Videos, Prognosen-Dings. Es wird einige Videos, ich weiß noch nicht, wie ich die K.O.-Phase tippen werde, ob ich alles tippen werde oder einzeln. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich es einzeln mache werde, um ein bisschen Spannung zu halten. Also ich werde es eher einzeln machen. Dann kommen höchstens Videos zu den einzelnen Ergebnissen der jeweiligen Gruppenspieltage. Also nächstes Wochenende Freitag wird zum Beispiel ein Video kommen zu den Ergebnissen des ersten Spieltags. Und ja, das wird zum Beispiel vorkommen. Dann werde ich vielleicht noch einen Vorbericht machen zu der Top-Partie in Gruppe E Deutschland-Spanien. Und ja, bin ich mal gespannt, was halt noch bei der WM jetzt laufen wird. Die geht ja in sechs Stunden knapp los. Also deutscher Zeit. Die Spiele werden in deutscher Zeit ausgetragen. Deswegen die Zeiten deutscher Zeit sind halt blöd gefehlt. Aber gut, was willst du machen? Da kannst du auch nichts anderes tun. Da ist es halt mit der Zeitverschiebung so, das sind glaube ich zwei Stunden Zeitunterschied. Von daher, also, das wird es halt geben. Also die nächsten Videos werden auch WM-Videos sein. Und ja, von dieser Stelle soll es gewesen sein. Eure Meinung in die Kommentare zu der WM, eure Meinung in die Kommentare zu meiner Prognose in der Gruppenphase. Und von dieser Stelle war es das. Bis dahin, bis Freitag oder vielleicht bis Mittwoch. Ich weiß es nicht, ob ich da noch über einen Berichten werde, aber ich denke mal, ich werde höchstens Freitag nachberichten über das Spiel Japan-Deutschland unter anderem. Ihr werdet es sehen. Tschüss, Leute und viel Spaß bei der WM. und viel Spaß und viel Spaß und viel Spaß